Die Legende erzählt von einem Ring, geschaffen von einem dunklen Herrscher, der seinem Träger die Macht gab, sich die Welt zu unterjochen. Nachdem er Jahrhunderte als verloren galt, ist er jetzt wiedergefunden worden. Weiß auch niemand davon. Ist er gut versteckt? Dies ist der eine Ring, geschmiedet vom dunklen Herrscher Sauron. Sauron braucht nur diesen Ring, um alle Länder in eine zweite Finsternis zu hüllen. Such den. Such den. All seine Gedanken sind auf ihn gerichtet. Niemand weiß, dass er hier ist. Habe ich Recht? Habe ich Recht, Gandalf. Gebt Gondor die mächtige Waffe des Feindes. Lass sie uns gegen ihn verwenden. Du kannst ihn nicht einsetzen. Niemand kann das. Der Ring muss vernichtet werden. In den Feuern des Schicksalsberges erschaffen kann er nur dort vernichtet werden. Dann weiß ich, was ich tun muss. Ich habe solche Angst davor. Man kann nicht einfach nach Mordor spazieren. Es gibt keinen anderen Weg. Da unten ist irgendetwas. Mein Schatz. Verrücktest du dich? Ja. Du fürchtest dich noch nicht genug. Anführungszeuge Untertitelung des ZDF, 2020